Wir fahren heute wieder nach Hause, nach Schweden, um halb zwei, nachmittags über Kopenhagen. Aber der Zug fällt aus und wir müssen eher fahren mit drei Stops anstatt einer Direktfahrt. Das wird eine längere Reise nach Hause. Ich habe gerade mein altes Auto wieder abgegeben und muss jetzt wieder nach Hause, nach Rostock. Und genau, ich habe jetzt das Dilemma, dass der Zug nicht fährt und noch nicht weiß, wie und wann ich wieder nachher zurück zu Hause bin. Die Bahn hat ja auch ein bisschen mehr als ein normales Unternehmen zu bieten. Die haben eine gewisse Verantwortung, arbeiten mit Steuergeldern und das nicht gerade mit wenigen Steuergeldern, die noch umdrauf kommen. Und da finde ich sowas wie jetzt, dass ich hier so einen leeren Bahnhof sehe, eine absolute Frechheit. Ich reise durch Deutschland. Ich bin ein Tourist. Wegen des Streiks verliere ich vielleicht meine Hotelreservierung und damit vielleicht auch mein Geld. Aber ich bin nicht wütend. Ich verstehe die Situation. Ja, wir mussten umbuchen. Wir wollten dann erst den Flexbus nehmen. Das konnten wir dann stornieren. Wir sind zwar auf den Kosten sitzen geblieben, aber jetzt haben wir das Glück, dass wir eben halt dann doch mit einem Zug später dann nach Berlin fahren können. Ich glaube, die Leute, die täglich davon betroffen sind, sind dann doch ein bisschen abgenervt. Wir sind in Hamburg, weil wir hierbleiben müssen. Wir hatten geplant, heute nach Kopenhagen weiterzufahren, aber der Zug fällt aus. Also müssen wir einen Tag bleiben. Aber wir finden das gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese tolle Stadt Hamburg zu entdecken. Das ist sehr schön für uns, weil es die Möglichkeit ist, für uns zu discoveren diese großartige Stadt Hamburg. Werden? Vielen Dank.